Ich bin im 22. Bezirk aufgewachsen und lebe jetzt im vierten Wiener Gemeindebezirk. Also ich finde, Wien ist eine total lebenswerte Stadt, sie ist grün, sie ist hell, sie ist sehr viel urbanes Leben. Genau, ich fahre öffentlich, die öffentlichen Verkehrsmittel fahren am Wochenende 24 Stunden. Ich komme immer von A nach B. Also der Heimweg ist super entspannt für mich. Ich habe die Jahreskarte, ich nutze die Wiener Verkehrsmittel täglich. Ich brauche sie für meinen Arbeitsweg und auch nach dem Fortgehen zum Heimkommen. Es ist ein super Angebot. Das gibt es in keiner weiteren Stadt. Mir fällt auf, wenn ich es mit anderen Städten vergleichen würde, Wien ist total sauber, Wien ist hell, Wien ist extrem freundlich, hilfsbereit. Es ist grün, man hat überall Grünflächen. Grundsätzlich habe ich ein super Urvertrauen oder Grundvertrauen in die Stadt. Ich weiß, es sind immer Leute auf der Straße, ich weiß, dass sie mir immer auch zur Hilfe kommen würden. Es ist hell, es ist beleuchtet. Ich bin einfach sicher unterwegs. Also ich habe es nicht gewusst, danke für den Hinweis, aber es ist super klasse. Ich weiß es. Untertitelung des ZDF, 2020